Hey Leute und willkommen zu einem ganz kurzen Update Video für Tag 2 des Events Ferne Sterne, denn heute gibt es gar nicht so viel Neues, sondern nur drei neue Locations, die wir abfarmen können und ich möchte euch ganz gerne was zeigen und zwar, ich habe zum Beispiel gestern eine Region nicht fertig gemacht, sondern habe sie offen gelassen und wie wir sehen, ist die auch am zweiten Tag noch machbar und wenn ich die jetzt abschließe, gehe ich davon aus, dass ich halt die drei neuen, die halt heute verfügbar sind, halt auch noch spielen kann, wie wir halt auch sehen, in den alten Regionen, also um Montag zum Beispiel jetzt in diesem Fall, die ich halt schon leer gefarmt habe oder halt auch schon die Belohnung abgeholt habe, diese Dinge respawnen nicht, das heißt wir kriegen einfach jeden Tag nochmal neue Regionen dazu, das heißt aber auch, dass wir jeden Tag bis zu 90 Urgesteine farmen können, von daher macht das auf jeden Fall alles fertig, sammelt zumindest halt diese 7 in jeder Region, damit wir halt die Urgesteine mitnehmen können, von daher also das auf jeden Fall nicht vergessen, wie gesagt, drei neue Regionen, wenn ihr die Maps dazu braucht, kommt ganz einfach auf den Discord, schaut in den Event Details Bereich und dort findet ihr alle Maps und alle Bereiche der neuen Splitter und auch hier nochmal der Hinweis, ich habe das gestern zwar schon in meinem Video erwähnt, aber ich dachte, ich erwähne es einfach nochmal, weil ich davon ausgehe, dass wir dadurch halt wirklich einen Vorteil morgen haben für den Beginn der Phase 2 und zwar stellt euch heute drei angereichertes Harz her, beziehungsweise sorgt einfach dafür, dass ihr drei im Inventar habt, falls ihr noch welche habt, stockt das auf drei halt auf und weil ich halt davon ausgehe, dass wir sie morgen benutzen können, nähere Details, wie gesagt, findet ihr ansonsten auch in dem Video von gestern, da habe ich es sehr sehr detailliert nochmal beschrieben, denn ich denke, morgen wird das ungefähr ablaufen wie so eine Elementaranhäufung und die können wir ja looten mit angereichertem Harz, um halt doppelt einen Loot zu bekommen und wenn das morgen auch funktioniert, dann haben wir schon mal sehr sehr, ja schon einen guten Vorteil. und wissen aber halt auch, dass das angereicherte Harz für das Event dann halt funktioniert, aber ja, morgen wissen wir mehr zu dem Thema, aber ja, seid einfach vorbereitet, ich denke, ja, Vorsicht ist besser als Nachsicht, von daher, ja, macht die einfach fertig, selbst wenn wir sie dann nicht brauchen können, können wir sie noch für sehr viele andere Dinge benutzen. Leute, das war es schon für das Video, ich hoffe es hat euch geholfen, wie gesagt, nur wirklich ein sehr 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 kurzes Update, da muss man jetzt kein riesiges Video draus machen und dann würde ich sagen, sehen wir uns im nächsten Video, bis dahin, macht's gut. Bis zum nächsten Mal.